Hallo, mein Name ist Timo Reinsch. Ich bin Kundenbetreuer bei Comdirect und heute möchte ich Ihnen das Muster Depot vorstellen, wie Sie dies anlegen und wie Sie dies nutzen können. Das Muster Depot ist selbstverständlich kostenlos und Sie können dieses auch ohne Comdirect-Konto nutzen. Das Muster Depot ist eine Simulation auf Basis tatsächlicher und aktueller Börsenkurse. Das heißt, das Muster Depot ist ideal für Einsteiger, die sich versuchen möchten, dem Wertpapierhandel zu nähern oder für geübte Trader, die verschiedene Anlagestrategien ausprobieren möchten und das Ganze ohne ein finanzielles Risiko einzugehen. Ich möchte jetzt zeigen, wie Sie das Muster Depot bei Comdirect anlegen. Dafür klicken Sie oben auf unserer Website auf Muster Depot und anschließend hier wiederum, wenn Sie eingeloggt in Ihrem persönlichen Bereich sind, auf Muster Depot anlegen. Im ersten Schritt vergeben Sie sich einen Namen für das Muster Depot. Diesen können Sie selbstverständlich im Nachhinein wieder ändern. Als nächstes wollen wir dem Muster Depot ein Wertpapier hinzufügen. Dafür klicken wir auf das Dropdown-Menü und hier auf Wert-Kauf hinzufügen. In der Suchmaske können Sie hier nach Wertpapier-Kennnummern oder nach Schlagwörtern suchen. Ich suche jetzt hier beispielsweise nach BMW. Hier wählen Sie nun Ihr gewünschtes Wertpapier aus. Als nächstes tragen Sie Ihre Stückzahl ein. Fortgeschrittene Anleger können auch noch den Kaufkurs, den Kaufwert, die Börse und das Kaufdatum auswählen. Dies ist aber nicht zwingend notwendig. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird Ihr gewünschtes Wertpapier in Ihrem Muster Depot angezeigt. Noch ein persönlicher Tipp von mir. Ich nutze das Muster Depot gerne als Watchlist. Das bedeutet, ich füge mir die Wertpapiere ohne jegliche Angabe hinzu und kann so den exakten Kursverlauf verfolgen. Entscheiden Sie sich nun, die Wertpapiere tatsächlich zu kaufen oder zu verkaufen, haben Sie bequem in Ihrer Übersicht die Möglichkeit, Kauf und Verkauf anzuklicken. Hierüber gelangen Sie in die Order-Maske. Natürlich ist hierfür ein Kom-Direkt-Depot notwendig. Möchten Sie im Nachhinein in Ihrem Muster-Depot ein Wertpapier bearbeiten, markieren Sie dieses und wählen unten im Dropdown-Menü Bearbeiten aus. Hier können Sie nun alle Angaben ändern. Ebenso können Sie markierte Wertpapiere problemlos in ein anderes Muster-Depot kopieren oder verschieben. Wenn Sie mehrere Wertpapiere in Ihrem Muster-Depot haben und diese miteinander vergleichen möchten, markieren Sie diese und wählen unten im Dropdown-Menü Charts vergleichen aus. Hier gelangen Sie in eine Übersicht, wo Sie die Kursverläufe der Wertpapiere angezeigt bekommen. Ebenso haben Sie die Möglichkeit, sich zu Ihren markierten Wertpapieren die aktuellen News anzeigen zu lassen. Nun möchte ich Ihnen noch den Reiter Notizen und Limits vorstellen. Hier haben Sie die Möglichkeit, individuelle Notizen zu jedem Wertpapier hinzuzufügen. Ich persönlich trage mir da gerne ein, welches der Wertpapiere ich bereits in meinem realen Depot gekauft habe. Zusätzlich haben Sie hier die Möglichkeit, individuelle Limits einzutragen. Wenn Sie dieses Limit aktivieren und der Kurs erreicht ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung von uns. Ich nutze dieses gern, wenn ich vorhabe, in Zukunft zu einem bestimmten Kurs in das Wertpapier einzusteigen. Des Weiteren haben Sie Aktionen für das gesamte Depot. Hier haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, Ihre Daten zu exportieren. Oder wenn Sie bereits ein Comdirect Depot besitzen, haben Sie die Möglichkeit, Wertpapiere in das Musterdepot zu importieren und alternative Anlagestrategien risikofrei zu testen. Ich freue mich, Ihnen heute einen ersten Einblick in das Musterdepot gegeben zu haben. Falls Sie weitere Fragen haben, schauen Sie gerne auf unserer Website nach oder wenden sich an unsere Kundenbetreuung. Alternativ stellen Sie Ihre Frage hier in den Kommentaren.